So ihr Lieben, es ist Sonntagabend. Natja und ich, wir sehen jetzt einen Einsatz für euch. Wir stimmen gerade einen Film ab, dass ihr heute am Sonntagabend noch einen von uns kriegt. Wir sehen wieder aus wie Catwizel, aber das ist scheißegal. Wir freuen uns einfach, dass ihr uns so treu seid und dafür machen wir es. Also habt allen einen schönen Sonntagabend. Natja, wink mal kurz mit. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.